So Leute, grüßt euch und willkommen zu einer weiteren Episode Pokémon MMO 3D. Eigentlich sollte dies die nächste Folge sein, statt die, die ich jetzt hier nummeriert habe bei dieser Episode, weil die eigentliche Folge, die diese Nummer in dieser Episode tragen sollte, ist mir plötzlich abhanden bekommen. Ich wollte die Datei, die ich gestern umbenennen, nachdem ich sie fertig hatte. Und beim Umbenennen habe ich irgendwelche Tasten, irgendwas gedrückt auf der Tastatur, ohne zu wissen was. Und da ist der Datei plötzlich vollkommen verschwunden. Ja, egal. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier irgendwie verkauft haben. Nein, haben wir nichts. So, Moment. Ich habe vergessen, die Zeit laufen zu lassen hier. Moment mal, was ist denn das denn? Blödsinn, dass ich wieder nicht vorbereitet habe. So, zack, okay, oh, Zeit läuft. So, leider verkauft haben wir hier nichts, aber gut. Und wie ihr seht, ja, wir haben jetzt, ne, ich hätte der eine Episode, die diese hier eigentlich sein sollte, weil wir halt jetzt, ne, schon, äh, unser Bisa Knosp auf Level 16 hoch trainiert. Und ja, 6 Level müssen wir das noch eben, bis wir das jetzt noch eben hoch trainieren, dann haben wir es geschafft, dann können wir das weiterentwickeln. Und dann geht's nämlich mit den nächsten Pokémon natürlich weiter, es weiterzuentwickeln, ne, oder durchzuentwickeln, ne. Ja, dann würde ich sagen, ab geht's. Leveln, 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 yeah. Aber wie gesagt, wir haben jetzt im Moment, jetzt halt nur noch so erstmal, ne, an weitere neue Pokémons, äh, kommen können. Oder beziehungsweise, äh, erstmal so kommen wollen und werden. Weil, ja, es gibt natürlich noch hier in Exploration 1 und in Exploration 3 noch ein paar zu finden, aber nicht mehr sehr viele, soweit ich weiß. Und auf One Island zum Beispiel, da gibt's auch natürlich noch einige. Und, ähm, äh, ja. Und dann gibt's ja noch die Filme, da auch noch ein paar Pokémon zu finden. Aber wir haben schon mehr oder weniger quasi so gut wie alle Pokémon. Welches ist das denn? Endet? Das muss eine Weitheit wirklich sein, oder sowas, vermutlich mal, so. Ach, meine Güte, hau ab, ey, ja, nimm mir alle Pokémon weg, ne, Holz? Ich glaube, er tagelt wieder hier. Ja, komm her, du kommst zu mir, genau, vernünftig so. Komm, 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 taubt, zieh, geh kaputt und zieh dir die Füße ab. Geht doch, vernünftig. Immer dasselbe hier. Da, la, la. La, la, la. Okay. So, hier, in dem Wassergebiet, ruckzuck die sechs Level steigen. So, ich seh da hinten schon einen. Ah, ja, komm, dann geh da hin und ich geh hier in meine Güte, ey. Jetzt muss der, wie hier ankommen, ja, alle Pokémon, das ist jetzt jeden Abend so, Leute. Gut, ihr kommt auch erst natürlich abends, wenn ich nach der Arbeit nach Hause, ne, hab natürlich auch erst dann, ne, die Möglichkeit hier zu spielen. Darum seid ihr auch erst mir jetzt hier, äh, ne, unterwegs. Ja, ist ja klar. Da war so, hier zahlt euch aber lang, da war. Stell dich doch ab. Meine Fresse, aber bist du so blöd, wie du denkst, stell dich doch ab, das Krabi, ey, jetzt hau doch drauf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, 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 Mensch. Nur zieh ihm doch mit. Das ist doch die Mutti, ich dir leid. So. Aha, komm her, Kapador. Jawohl, aha, komm her, Kapador. So, wo bist du? Ey, da, Antikus, komm her. Ich will dich. Komm her. Ohohoho, so schnell, hervorragend. So will ich das auch, ohoho. Wieder zwei Pokémon auf einmal, ihr habt's so wohl nicht mehr alle, was? Komm, Anton, Gigapod, jawohl, Volkasa, Gigapodsch, ist kaputt. Guck mal, so schnell hört's auf mich hier, das Spiel. So schnell, ja, wunderbar. So will ich das auch erleben und nicht anders. Ja, komm, sie zu. Ja, genau, komm her, Anton. Ey, zu dritt einmal, habt ihr so noch alle? Ich glaub, es ist halber bei euch, ne? Aber, ja, wir sind gestiegen. Ja, 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 ja. Wir sind schon leider mehr jetzt fortgestiegen. Mega. So, 16 Minuten haben wir noch. Müssen wir schnell weitermachen. Schnell noch mehr Level steigen. Aber, ich will heute überlegen, eventuell könnten wir vielleicht schon... Ja, was ist denn? Ach, da, drauf will ich eigentlich reden. Eventuell könnten wir sogar, glaub ich... Ah, nein, doch, doch, klar können wir schon zu One Island. Wir könnten eventuell noch mal One Island ausprobieren. Weil, dann können wir noch schneller steigen. Warte, ich mach die zwei eben noch kaputt. Den zieh ich nur eben die Hose runter, die zwei Pokémon ziehen. Und dann würde ich sagen... Ja, komm, hau drauf. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir probieren's aus, wa? Also, M und One Island. Wir probieren's aus. Warum nicht, ne? Probieren kann man ja immer, ne? Wie sagt man so schön? Probieren geht über studieren, ne? Also, sagt man doch immer, ne? So, los geht's. Wir probieren's jetzt hier. So, schauen wir jetzt mal. Komm schon. Oh, ein Parasiteent. Für den hab ich aber eigentlich Angst. Aber gut, wir versuchen's mal. Vielleicht schlägt es uns ja auch nicht so schlimm. Aha, da ist er. Gut, dann hauen wir lieber erstmal die Schlange kaputt. Komm her, Säbelzahntiger. Ja, komm, 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 Knost. Komm, komm. Komm, dieser Knost. Komm, bitte lass dich. Ja, lande. Ja, lande. Dieser Knost. Was? Schick in danse. Das war ja... Mega perfekt. Ja, mega mäßig. Dieser Knost. Oh, du hast ja schon so gestärkt... Ja, Lady. Warte. Bist du überhaupt ne Lady? Ö, 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 ö. Komm, bitte, Knopf. Klopp ihm die Zähne raus. Ja, wohl, lande. Warte. Wo bist du noch ne? Du bist keine Lady. Nein, du bist ein Kerl. Okay. Schade. Ich dachte, du bist ne Lady. Weil er hätte mich, dass ich dich keine Lady genannt hätte, gefasst. Oder bist du nicht Lady gesagt habe, gefasst. Komm, 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 bitte, Knopf. Zieh ihm die Füße runter, den Paras. Komm schon. Dabei, komm. Komm. Äh, äh, äh. Ja, malade, Zing. Sichtflor, komm her. Ich will dich. Ha, ha, ha. Komm her. Ha, ha. Aber genau, wie gesagt, wegen der Folge, die diese eigentlich sein sollte. Ihr habt da also eigentlich nichts verpasst. Aber ich nur würde ich lediglich das Wiesersamm trainieren. Mehr war da gar nicht. Na, also von daher, ihr habt da wirklich nichts verpasst. Also, keine Sorge. Okay, Leute? Oh nein, 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 okay. Du hast ja wieder zusammen zerstört, du bist wohl wahnsinnig geworden, wa? Zerstör, mal wieder zerstört. Ich will das mal tasten. Für die Bezeichnung für Verschlage. Genial. Zerstört, du hast mal wieder zerstört. Ja, aber so kann man es eigentlich schon sagen, ne? Also, wie sie sagen, komm raus, komm 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 komm. Was war, was wartest du noch? Ist dann los mit dir wieder? Du sollst auch kämpfen, du musst auch was machen, ne? Ja, ich meine, du warst genug, ich weiß. So, gut, da haben wir einfach das Hoppiff kaputt. Komm her, komm. Komm, komm, hab er sie zu, dass du drauf gehst. Komm schon. Ne, und sieh zu, dass ihr mir keine Energiekunde vordern und holt mal Pikachu raus und ist dein Leben sofort vorbei. Ne, legt ihr euch mit einem anderen Punkt an, dann knallt Pikachu nicht so kaputt, dass ich stier, wird da verstanden. Und dann bricht es euch auch nichts mehr, euch zu fangen und zur Heilstation zu bringen. Das hat ja alles keinen Sinn mehr. Komm schon. Komm schon, Wiesersam. Hau ihn zusammen. Zeig ihm, dass du ihm die Füße abreißen kannst. Komm schon. Zieh ihn zusammen. Komm schon. Komm schon, komm schon, Wiesersam. Komm schon. Komm. Ja, lande Wiesersam. Ja, megamäßig. Ha, ha, ha. Ich wusste, ob du jetzt verlassen, mein Freund, Lade. Wir sind schon bei 38. Machst du es noch mal, hau dir die Füße runter, hast du verstanden? Ja, megamäßig. Ja, okay. Jetzt versuchen wir noch das Sichtflor eben. Ja, lande, hier kriegen wir ja schnell hoch. Aber gut, oha. Okay, okay. Dein Glückssichtflor. Das war aber nur Glück, weil, ne? Mein, äh, äh, äh. Wie das hat schon stark angeschlagen, weil es war nur Glückssichtflor, ne? Das war jetzt nicht können, ne? Also, ha. Boah, ein, äh, Goldbart-Shiny, megamäßig. So, rauskommen. So, aha. Komm, dann hauen wir das Paras zusammen. Komm her. Dir jetzt zeig ich jetzt, wo es lang geht. Du musst jetzt sehen, was es bedeutet, die Ode runtergezogen zu bekommen. Ha, ha, ha. Komm schon. Komm. Wieser Knoss, es haut doch drauf mit. Wieser Knoss, du musst hauen. Hä, Moment. Das zwangelt wahrscheinlich. Aha. Aha. Okay, der Heldhout ist das Goldbad. Dann gehe ich mal, oh, vorsichtig. Ja, dann gehe ich mal jetzt sich verloren. Ich wähle dich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Klock ihm die Zähne aus dem Kopf. Jawohl. Wieder gestiegen. Je. So, Leute, noch, äh, ja, zweimal. Nein, dreimal noch. Komm schon, komm schon. Äh, wie du haben wir noch? Wir müssen das schaffen. Dreimal noch. Komm, 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 komm. La, 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 la. La, 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 la. Komm schon. Dreimal müssen wir doch noch. Nur noch dreimal ist es geschafft. Komm schon. Komm schon, wieder Knoss. Das schaffen wir. Ja, landa, perfektikos. Bisa, perfektikos. Äh, Bisa Knoss meine ich. Bisa sagt mich ja nicht mehr. Aber das Bisa, da haben wir natürlich noch einmal. Genau. Schade, dass wir das Schein, die wir noch immer noch nicht verkauft haben. Mega schade. Wird noch kommen. Komm schon, komm schon. Ja, landa, geht doch. Ich wollte schon, ich dachte schon, ey. Wie ist was mit Geld aus? Megamäßig. Aber kaum mehr geworden. Nur 133.000. Aber höhö. 133.000 ist doch auch schon eine schöne Menge. Oder, Ladies? Ne, Leute, das klingt auch schon gut. Fuckelwelle kommt von einem, aber... Fuckelwelle, glaube ich, haben wir sogar noch genug. Also, momentan sind wir hier eigentlich an sich, glaube ich, gut versorgt, ne? Äh, ja. Aber der eine Ball fehlt. Das ist der Ultramall. Aber ist das nicht wichtig. Wir haben ja keine Fuckelwelle, also brauchen wir ihn nicht. Komm schon. Komm schon. Wie gesagt, Knoss, komm. Wie gesagt, Knoss, du hau doch. Du musst auch draufschlagen. Wie gesagt, Knoss, du musst auch draufschlagen. Was ist los wieder mit dir? Ach, Kollege. Warum machst du denn wieder sowas? Ich hab doch gedacht, du musst auch draufschlagen. Und nicht die schlagen lassen. Wie kann man denn sowas falsch verstehen? Sag mal, ha? Ich hab was gefragt, wie gesagt, Knoss. Wie kann man sowas falsch verstehen? Wieso antwortest du denn? Ach, guck mal. Wir haben da hinten ein Wehbereit. Dann hauen wir eben die Spinner mal ein bisschen zusammen, ne? Die Spinner, weil er mit damit hat, wie gesagt, Knoss. So, hau drauf, wiederum, dass ihm die Füße und Flöten aus dem Kopf fliegen. Ja, landa. Flöten. Leute, Flöten aus dem Kopf fliegen. Das war ja noch einer meiner Damen-Gespräche. Füße aus dem Kopf fliegen oder Flöten aus dem Kopf fliegen. Ja, landa. No, wiederum. Jetzt hau ihm so ein, dass ihm die Flöten aus dem Kopf fliegen. Dass ihm die Flöten aus dem Kopf fliegen. Oh, Mann, ey. Ah, jawoll, wir steigen ja schon wieder. Ladies. Okay, jetzt versuche ich dich nochmal, aber das werde ich wahrscheinlich theoretisch nicht schaffen, wahrscheinlich. Du bist so mein Wieser-Knopf immer noch ein bisschen zu stark. Ja, sag ich doch. Du bist so mein Wieser-Knopf immer noch ein bisschen zu stark. So. Nochmal aufladen. Also, es ist ja beschämend noch ein bisschen. Aber sonst, ne, Wieser-Knopf, du bist ja schon megamäßig, ne? Also, du haust so rein, dass eigentlich schon auch gegen dich, weil du keine Pokumens die Chance mehr haben. Aber, ne, noch ein bisschen, Leute, wir haben es geschafft. Äh, 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 Glurak, was soll das? Ach, warte mal, dich habe ich ja auch schon, ne? Aber gut. Du bist aber auch schon in die absolute Weiterentwicklung. Aber juhu, Leute. Jetzt haben wir auch schon das Glurak. Ja, landa. Und jetzt haben wir jetzt Wieser-Knopf. Und als nächstes, guck, jetzt noch die Weiterentwicklung von Wieser-Knopf. Das ist zwar Wieser-Floor. Ich meine, so hieß es, ja. Megamäßig. Boah, was ist da? Was bist du? Also, da ist er gar nicht. Ach, hier. Komm her, Schlange. Ich will dich hauen. Schon. Hey, du. Boah, wie steigt ich schon wieder gleich? Was denn, ernst jetzt? Wie so schnell? Ja, krasse Sache. Komm, komm, nein. Ah, das kann hier noch gar nicht mit Wegen. Weiter. Stop, wir pflichten. Lauf. Lauf. Weg, weg. Ja, gut, egal. Kommt, dann hau ich dir noch ein paar runter. Ne? Oh, ja. Das ist mal wieder zu. Also, diese Die, die Pinsies. Okay, die Pinsies geht mir mal in Wieser-Knopf noch nicht erschlagen. Aber es ist möglich. Also, ich meine schon. Also, ja, doch. Müsst du eigentlich. So. Und nochmal raus. Wieser-Knopf. Los geht. Sieh mir nun noch, meine Damen und Herren. Schau mal, das wird. Ja, doch. Schaffen wir sogar auch. Definitiv werden wir das schaffen. Yeah. Woo. Mega Party da, Leute. Ich muss sagen, klappt eigentlich ganz gut, ne? Ruckzuck da irgendwie, ne? Jawohl, perfekt. So, schneller. Weiter, 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 weiter. Sichtflok, komm her. Ich will dich. Komm her. Zack, zack, zack. Streifen, Karl. Ich will dich. Das hält mir jetzt gar nicht in den Film von Walt Spencer drin zählt. Zwei, äh, aus der Rat und Banken oder sowas, genau. Und da sagt er, Trenzel, ja auch zu dem einen Typen. Komm her, Streifen, Karl. Ich will dich. Und Leute, hinterher. Hahahaha. vorsichtig, wenn Pinsies halte dich fern, da finden wir noch nicht stark genug, aber die können wir alle schon ersehen die können wir schon kaputt ziehen komm 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 sie zu komm dabei 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 ladies and gentlemen okay komm schnell 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 wir müssen uns ein bisschen beeiligt so komm, aha zack 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 komm 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 ja komm schon komm schon ja lander also energierst du genau, okay oh wird schon wieder so angeschlagen wo 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 ist denn ja wo ist denn die spinne hier ich geh'n weiter zu dem Sichtblower komm her, zieh' ich die Füße aus dem Kopf ich zieh' ich die Füße aus dem Kopf ich zieh' ich die Füße aus dem Kopf hat man so schon wieder die zieh' ich die Füße ja das war das das so kurze ja noch nicht ganz kurz aber oh nein noch zweimal oh fuck ne 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 das schaffe das kann auch wohl nicht wahr sein dass wir das in diesem fahrt hier jetzt nicht schaffen oh das ist jetzt aber blöd ich hätte wahrscheinlich mal voll nach rein gehen sollen ach aber wisst ihr was denn wenn wir diesen fahrt ein kleines bisschen lang länger ziehen ok dann überziehen wir den einfach ein bisschen ne damit wir das in dem fahrt ja doch noch drin haben ne dass wir das wieder schön weiterentwickelt haben ne so ist das also ein kleines bisschen aber wir haben ja noch 5 Minuten ne und auch so steigen wir gleich schon wieder ne also und daher vielleicht schaffen wir das sogar noch in dem 5 Minuten weg ist das sogar noch richtig Problem komm 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 zack 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 ja landen wir perfekt gut rollen wir uns mal den Käfer da hin was ist denn oh meine fresse was ist das hier ehkart also rettern ja komm hau ihn doch kaputt jetzt nicht so wenn ja lehrt die so ihm doch eine mensch sag mal ist das jetzt dann ernst geht doch so wo wollte ich hin so komm her ich will dich komm schon lass dich nicht kaputt kloppen komm schon wieder knos vernünftig so ein bisschen noch komm 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 boah ich glaub wir schaffen das doch noch in der Folge auch mega mäßig komm schon oh nein aber wir haben es gleich wir haben es gleich noch ein ganz bisschen und 4 Minuten haben wir noch perfekt in einem 1 Minuten sind wir so schnell soweit ich hab perfekt ich glaub deutlich wir schaffen es doch noch wir schaffen es doch noch in dieser Folge noch innerhalb dieser 20 Minuten die ich hier immer mache ne wuhu wieder ein A-Bock ja mega mäßig ich bin ja mal gespannt aber wenn den Wieserkopf gegen den Wieserkopf gegen das A-Bock ankommen wollen wir mal schauen komm her Holz ich hau dir die Füße ab ach du hast ja überhaupt keine ah ha 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 oh man ah jetzt sieh zu dass du kaputt gehst du große Schlange sonst hau ich dir die Füße runter du hast ja keine vergess ich immer wieder du hast ja sofort zu bieber ladies mega mäßig wie hast du dich oh Gott wir können die Füße gar noch ein Ticket früher bänden als glaube ich geplant ja mega ha 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 komm her hopp ich hau dich jetzt ha 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 komm her hopp ich hau dich jetzt immer schon wieder cool komm her komm her komm her komm her so du lass dir die Füße aus dem Kopf bauen lass dir die Füße aus dem Kopf bauen du hast dich kaputt gesagt aber hast du sie noch alle was war das mit dir ich glaube es hagelt komm schon so ein bisschen aber dann machst du es mir so gewachsen jetzt hier du Zweikopf Mensch so aber jetzt reicht's ich glaub dass ich das dem ich grad den Arsch abgerissen hat ich fass das nicht ey den Arsch abgerissen hat guck mal kann ich dich dich ermorden komm her komm her ja ne sieht schlecht aus oh 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 aber mehr verlieg ich dir dagegen als ey sag mal du hast sie wohl nicht alle wa was bist du wieder für ein Mist wenn du das du dich kaputt gehst Spinnerrack wie heißt das denn We-Weberrack ne oder oder ich weiß es nicht ne 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 warte mal ich weiß es jetzt nicht jetzt weiß es nicht hier hm Weberrack Weberrack ach egal so das greife ich nicht doch mal ein das ist ein unverschädtes Pokémon dagegen kämpft man nicht an solche Pokémon's missachtet man Pfff solche Pokémon's missachtet man ganz schön freundlich so du komm jetzt her du hast wohl glaube ich grad den Arsch abgerissen kann das sein jetzt zieh ich dir den Holz ab Was war jetzt das? na hör wieso brenne ich denn? sag mal geh jetzt doch mal rein Lidian naja mal hoffen dass ich das erschlagen ne wahrscheinlich nicht aber wo kann man es ja oh komm schon das wäre cool wenn ich das jetzt kriege ja lander perfekt geht doch ja mega so komm 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 das haben wir noch kaputt damals gezackt jeee dann haben wir den Pater doch noch perfekt zu Ende gemacht jetzt haut das die Spinner noch kaputt man das Spinnerrack mega perfekt jawoll so zurück ins Hinter und dann machen wir jetzt die Weiterentwicklung Leute es geht wieder los wer bist du? ok so nein 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 du hier du hier zack so lander so hier zack lander so ja fast von zack 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 let's go yeah jetzt kommt Bida Floor Leute wuuu mega mega mäßig mega mäßig mega mäßig mega mäßig joa guck dir das an Leute wow bisschen weiter raussuchen ja boah zoomen ja mega wow ladies yeah yeah hervorragend tico ist so muss es auch laufen mehehehe okay Leute da würde ich sagen ich danke euch fürs zuschauen gebt mir einen Daumen hoch abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal pokémon mmo 3d moment kurz schnell machen und bei haha